hallo meine lieben leute und herzlich willkommen zu einer neuen folge minecraft jungle und ja wir sind wieder bei unserem haus und ja wir craften uns jetzt noch ein bisschen planks und dann gehen wir jetzt erstmal wieder täglich gucken was hier denn so abgeht jetzt gehen wir mal hoch zu bernie 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 davon kaufen wir uns erst mal ein steck tschüss bennie okay dann essen wir mal eine schöne tomate und dann noch cherry tomaten das ist auch wieder eine tomate reif das ist doch auch immer wieder schön so dann auch wieder drei dings noch mehr machen so dann gucken wir mal beim magnus warte mal oh wir können unsere liege machen oh wir brauchen Wolle dafür dann machen wir es erstmal und machen wir schon mal auf den weg zu den schafen ok haben wir denn noch eisen wir können nämlich eine schere ja wir haben noch eisen so dann drehen wir mal die reise an kann man das hätte ja sein können das mit irgendwie mit einer modifikation das sein kann da ist geil wir brauchen zwei Wolle man wieso droppst du grau graue Wolle jetzt müssen wir hoffen dass das eine schaff hier oben das vernünft zwei droppt bitte drop zwei und nice gut dann essen wir jetzt noch ein bisschen cherry tomaten lecker 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 mhm mhm ähm eine farm aufbauen sooo dann unser stone hobart kommt erstmal wieder hier schön rein und dann nehmen wir mal kurz unsere axt und bauen hier noch ein bisschen ab so das ist damit auch weg das reicht denn jetzt gehen wir zu Magnus und kaufen uns erstmal zwei von diesen Siegeldingern ein davon so und jetzt haben wir eine Hängematte alter wie geil ist das denn alter können wir es nicht in die Hand nehmen da ist sie oh irgendwie funktioniert es nicht funktioniert auch so oh oh genau so nein ja ok dann machen wir es halt so dann dann können wir auch erstmal wieder weiter bauen so und zwar muss jetzt der Baum hier erstmal weg und zwar muss jetzt der Baum hier erstmal weg so so dann kann ich dir noch ein bisschen was erzählen was ich heute gemacht habe heute war heute ist Sonntag und ja wir waren Fahrrad fahren weil heute war auch Muttertag dann ja ich hab meiner Mutter Paladin geschenkt und ja dann dann sind wir zu meiner Roma gefahren mit dem Fahrrad wie gesagt und da haben wir dann gegessen obwohl jeder so passt auf jeden Fall wir sind dann noch passiert äh ja wir haben dann gegrillter eigentlich auch ziemlich cool und ja dann haben wir noch Romeda gespielt und dann sind wir wieder zurückgefahren ja und wir haben jetzt 19 Uhr so jetzt liegen hier noch ein paar Sachen so jetzt haben wir auf jeden Fall auf jeden Fall auf jeden Fall zu jetzt haben wir hier noch ein paar saplings kennt ihr jetzt theoretisch noch ein bisschen gefällt noch ein bisschen gefällt werden also brauche ich damit ich das hier noch ein bisschen verschönere aber erstmal kommt hier ein bisschen mit dem Müll gut wir haben noch ein stecken und fitten haben wir auch noch gut so jetzt dann dann so 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 und dann machen wir das ja noch fertig ich dann haben wir auch schon wieder ein bisschen in unserem Haus gemacht ich weiß nicht Das hier machen wir doch auch mal. So. Aber dann würde ich auch sagen, was ist mit der Folge Minecraft Jungle. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao!